Die Kämpfe der Geschlechter der Minamoto und der Taira, welche durch die Heldensagen der Japaner verherrlicht und noch heute in lebendiger Erinnerung beim Volke sind, sind endeten mit der Erwerbung der weltlichen Macht durch das Haupt der Minamoto-Familie, durch Yoritomo im Jahre 1187 der christlichen Zeitrechnung. Nicht lange jedoch erfreute sich dieser des blutig erkauften Thrones, und auch seine Nachkommen gingen durch ihre eigene Freveltaten zugrunde. Auf diese Weise geschah es, daß ein anderes, den Taira verwandtes Geschlecht, die Hojo, sich an ihrer Stelle aufschwang und mit Kraft die Angelegenheiten des Landes im Namen der Kaiser verwaltete. So blieb es bis ins 14. Jahrhundert, als endlich ein Kaiser den Thron bestieg, der sich die Tyrannei der Hojo-Familie nicht mehr gefallen lassen wollte. Als nun einstmals eine Theuerung eintrat und das Volk murrte, weil die Minister es darben ließen und keinerlei Hilfe schafften, da stellte sich jener Kaiser, Godaigo mit Namen, selbst an die Spitze der Unzufriedenen und tat die Hojo in Acht und Bann. Allein die Rebellen, die freventlicher Weise dem Sprößlinge der Götter widerstrebten, waren im Besitz seiner großen Macht und wußten auch Vermöge ihrer überlegenen Kriegskunst stets den Sieg zu behaupten. Godaigo selbst ward von ihnen gefangen genommen und auf einer einsamen entlegenen Insel in strenger Haft gehalten. Die Getreuen des Kaisers verzweifelten schon, als in der größten Not ein Helfer erstand, der Feldherr Kuzunoki, dessen Geschick in der Führung der kaiserlichen Truppen deren vollständige Niederlage vereitelte. Abermals stießen zahlreiche Scharen zu seinen Fahnen, und bald war er stark genug, gegen die Hauptstadt Kyoto zu ziehen, in welcher die Häupter der Hojo-Familie wohnten und ihre Hauptmacht beisammen hatten. Allein das Geschick des Kaisers machte ihm und den Seinen viel Sorge. Man wußte nicht einmal, ob er noch am Leben war. Da entschloß sich dann Kuzunoki, ihn zu suchen. Schon mehrere Provinzen hatte er vergebens durchstreift, als ihn ein glücklicher Zufall eben auf jene Insel führte, auf welcher man den Kaiser Godaigo gefangen hielt. Verkleidet schlich Kuzunoki sich heran und erkundete, daß der Kaiser täglich einen Spaziergang zu einem schönen Baume machte und oft stundenlang wehmütig denselben betrachtete. In die Rinde dieses Baumes schnitzte nun Kuzunoki die Nachricht, daß die Getreuen des Kaisers nahe seien, um ihn zu befreien, daß das Heer wieder erstarkt sei und nur der Ankunft des Herrschers selber hare, um mit neuem Mute vorzurücken. Godaigo las die Buchstaben, welche Kuzunoki in den Baum geschnitzt, und entfloh aus seinem Gewahrsam. Als er im Lager seiner Anhänger ankam, jubelte das ganze Heer und verlangte, gegen den Feind geführt zu werden. Nun aber hatten die Hocho unter ihren Feldherren den tapfersten Krieger jener Zeit, den Nita-Yoshisada, einen würdigen Nachkommen jenes Helden Yoshie, dem man vor Alters dem Beinamen Jünger des Hachiman gegeben. Er gehörte also auch zu dem erlauchten Geschlechte der Minamoto. Da sie seinen Wert sehr wohl zu schätzen wußten, hatten ihn die Häuptlinge der Rojo mit Ehren überhäuft und ihm ein großes Heer anvertraut. Als indessen eben das Schwert zwischen Yoshisada und Kuzunoki entscheiden sollte und alle Anhänger des Kaisers um einen Ausgang große Besorgnis hegten, da versuchte Kuzunoki noch einmal, seinen von Freund und Feind hochgeschätzten Gegner von der Gerechtigkeit der Sache des Kaisers zu überzeugen, und die Götter halfen ihm. Yoshisada schlug sich auf die Seite des rechtmäßigen Kaisers Godaigo, erklärte der Hojo-Partei den Krieg, und gab damit dem ganzen Streite eine entscheidende Wendung. Von nun an war er der oberste Führer der Kaiserlichen, den unter seiner erprobten Leitung das Glück stets holt blieb, so daß die Truppen der Hojo weiter und weiter zurückgedrängt wurden. Immer aber waren sie noch im Besitzer großer Streitkräfte und namentlich vieler festen Plätze, unter denen Kamakura, einst Juritomos Wohnsitz, an der Südküste in der Provinz Sagami, nicht weit von der wohlbekannten Insel Jenoschima belegen, der wichtigste und stärkste war. Nita Yoshisadas Heer rückte von Osten her, den Meeressstrand entlang, zum Sturm auf die feindlichen Befestigungen heran. Die Gegner waren entschlossen, ihre Stellung um jeden Preis zu behaupten. Wie ganz erklärlich waren ihre Verteidigungswerke vornehmlich auf den Angriff von der Ostseite herberechnet, auf welcher man das Herannahmen der Feinde erwartete, und es entging Nita Yoshisadas Feldherrnblick nicht, daß er durch einen Ansturm von der entgegengesetzten Seite viel leichter den Sieg erstreiten würde. Allein er wußte nicht, wie er dorthin gelangen sollte. Noch abends spät, vor dem entscheidenden Tage, ritt er mit seinem Gefolge aus, und als er an den Meeressstrand gelangte, da warf er sein Schwert, ein ihm besonders wertes, kostbares Erbstück in die Fluten und betete zum Meeresgotte Kompira, er möge dies Opfer gnädig annehmen und dafür ihm seine Hilfe angedeihen lassen. Als nun am anderen Morgen das Heer in Schlachtordnung ausrückte, da fand es einen breiten Streifen ebenen Landes längs des Gestades trocken vor und sah daraus, daß der Götter Hilfe wirklich ihrem Führer zur Seite stand. Alles jubelte laut, und mit verdoppelter Mute rückte man dem so unerwartet gebannten Pfade vor. Der Feind ward auf diese Weise umgangen und überrascht, und es wehrte nicht lange, so war Kamakura erstürmt und niedergebrannt. Alle Gegner unterwarfen sich nun schleunigst dem Kaiser, die Häuptlinge der Hoca-Partei entleibten sich, und Friede und Ruhe kehrten in das arg heimgesuchte Land ein. Leider dauerte dies nicht lange. Der Sohn des Kaisers, der von ihm mit hoher Gewalt bekleidet war, machte sich durch seinen Übermuth und seine Gewalttätigkeit bald sehr verhaßt, und an die Spitze der Unzufriedenen trat niemand anderes als Taka Uji, ein Vetter Nidayushisadas, während dieser, wie nicht anders von ihm zu erwarten, trotz aller gerechten Klagen über das Gebaren des Thronfolgers seinem Kaiser getreu blieb. Er befähligte das kaiserliche Heer und wußte trotz der Übermacht seines Vetters ihm lange Zeit mit Erfolg zu widerstehen, bis er endlich bei einem kühnen Ritte, den er nur mit achtzig Kriegern unternahm, um die Stellung der Feinde auszukundschaften, den Heldentod fand. Taka Uji hatte von seinem Streifzuge Nachricht erhalten und sandte dreitausend Bewaffnete aus, um Yoshisada mit seiner kleinen Schar einzufangen. Allein der heldenmütige Yoshisada wollte sich weder ergeben noch durch Flucht sich retten. Wild stürzte er in den dichtesten Haufen der Feinde und trieb sie zu Paaren, bis in dem Getränge sein Pferd getötet ward. Obgleich nun jede Hoffnung auf Sieg abgeschnitten war, verteidigte er sich mit Löwenmut und streckte noch so manchen der Feinde zu Boden, bis ein Pfeil ihm in das eine Auge drang. Nun fühlte der riesenstarke Mann seinen Tod nahen. Er schnitt sich daher mit eigener Hand den Kopf ganz und gar vom Rumpfe, damit dasselbe nicht erkannt und als Trophäe von den Gegnern umhergetragen würde. Die wenigen seiner Gefährten, welche noch am Leben waren, folgten seinem Beispiel. So endete Nita Yoshisada kaum vierzig Jahre alt, im Jahre 1338 der christlichen Zeitrechnung, nur fünf Jahre nach jedem herrlichen Siege bei Kamakura. Sein fetter Takauchi fand nun keinen Widerstand mehr und riß die Gewalt und Würde eines Shogun an sich, die in seiner Familie, der Linie der Ashikaga, mehr denn zwei Jahrhunderte lang ununterbrochen forterbte. EAPO Productions GENERAT GENERAT Vielen Dank.